Hier ist ein Raum. Hier ist ein Raum. Ja. Wie kommst du da rein? Natürlich. Außenrum. 29 h. Auch Wärme? Ja. Hä? Tja. Ah. Oh, Heizstrahl. Denkt immer daran Jungs, die Kolonien zählen auf euch. Okay. Die Aloa Station. Na dann. Na dann. Weiter. Jo. Faszinierend, dass der ganze Mist nach 300 Jahren also noch läuft. Hm. Äh. Ja, so viel zu der Pipeline folgen. Äh. Ah ja. Natürlich. Oh, hier ist es windig. Hm. Es wird langsam wieder was frisch. Ja, hier ist gleich wieder ein Raum. Wo ist der Ofen? Hier. Oh. Weihnachtsbeleuchtung. Oh. Hallo, Freund. Na, Weihnachten. Fast ja. Hm. Der Bull Ascalona. Okay. Und hier ist irgendwas anderes? Ah ne, das ist die Lampe. Okay. Wie da aus, als wäre da eine große Einrichtung so. Ellie. An der Wand bleiben. Da sind wir alle in diesem Sturm zerdort. Ellie. Bist du das? Bist du in Reichweite? Gott. Ich hab mal was Neues hier an Chip, genau. Und ne Bolas Kanone. Über was was wie Ladung? Hm? Überwachungsladung. Explosive Kanister, okay. Interessant. Die Bolas, oder was? Ne, Bolas hatte ich schon vorher. Aber die Überwachungsladung. Was sind das Bolas? Ähm. Bolas sind so... Ja, was, was das ist weiß ich schon, aber... Lernerketten, okay. Ja, das... Wo ist das? Ist das ein oberes Tool, ein unteres? Das ist ein normales Tool. Das ist sowohl oben als auch unten. Schau mal, hab ich hier... Ich glaub hier hab ich... Ja. Genau, die Bolas sind die komisch näher, die zurückspringen bei mir. Wo ich mich drauf gewundert hab. Ach so, dann ist es ne Spitze. Ne. Oder doch? Ja stimmt. Bolas sind... Ja. Klar. Aber die heißen nicht Bolas, deswegen wundert's mich ja. Das Ding heißt irgendwie... Das weiß ich was. Überwachungsladung, hört sich gut an. Und wenn wir den Bolas Werfer meinst, den wir grad eben gefunden haben, das ist ein Plan. Ah. Deswegen. Ja. Das war's. Na, die Bolas Kanone. Ja. Ja. Jo. Ich will jetzt erstmal wissen, was das Überwachungsding da ist. Jo. Es soll wahrscheinlich nur Attragedenwerfer sein. Ja, Granatwerfer. Ja. 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 Aber damit man so gut Sachen überwachen kann. Natürlich. Ja. Uch. Uch. Kaputt. Hehehe. Ach ja genau, mich schadet's auch. Klump. Hm, Medipacks hab ich genug. Okay, hab alles. Wollen wir weiter oder machen wir den Schluss? Ja, machen wir weiter. Könnten auch ja Schluss machen eigentlich. Ja. Passt halt. Ich hab grad nicht ganz so gut ein bisschen was noch. Ach. Ja. 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 Ich hab's da schon dran aktiviert. Ah. Muss ich da erstmal eins eisen oder was? Muss ich da erstmal eins eisen oder was? Oh. 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 Ach so. Verdammt, Clark! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Das Ding hat's auf uns abgesehen. Wir können nicht viel länger draußen bleiben. Wir müssen weiter der Pipeline folgen. Weiter. Jetzt wird etwas frisch. Natürlich kann man hier nicht rein. Noch nicht. Jetzt wahrscheinlich schon. Ach so, ne. Ne, brauchst ne Karte für. Hier. Hier? Ne. Ne. Hoch. Oder war hier irgendwo ein Feuer? Ich hab keins gesehen bisher. Ah, hier geht's irgendwo rein. Hier hinten. Alles halt für euch. Na, wo sind sie? Wärm. Hoch. Ja, zu spät. Das Vieh macht viel Schaden. Das Vieh macht viel Schaden. Naja. Konnte ich gar nicht nachkommen. Nicht? Ne, ich war ja oben auf der Leiter. Ach so. Ja. Ach so. 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 Ich verstehe das nicht. Hier ist die Aloha Station mit einer freundlichen Erinnerung des HQ. Lasst eure Rationskarten in den Marmachstempel. Oh, wir haben zwei jetzt. Hm. Hunger. Und jetzt etwas zum Aufmerksam. Na guck, dann lege ich einmal hier ein. Ja. Hoch. Ich polle einfach mal ganz zu stück mit dem Radar. Ja, das sind aber Gegners. Das ist egal. Hier ist Loot. Loot ist richtig. Oh man, ey. Mein Moment. Ja, kommt davon. Selbe Schuld. Und hier haben wir wieder Flares. Was ist denn das für ein riesen Komplex, den wir aufgebaut haben? Gute Güte. Gute. Da. Ja. Also das mit der Wärme pisst echt an. Ja. Es wird wieder was fresh. Na hier geht's rein. Ja, schnell. Na. Oi. Ah ja. Haben wir Zeit. Hm, der sieht gesund aus. Hol mich der Teufel. Wo sind denn die alle? Sie sind unterwegs zu einer Forschungseinrichtung oben auf dem Kamm. Wir haben Schneeanzüge gefunden. Aber es war nicht genug für alle. Also blieb ich zurück. Da hinten ist was. Unten im Keller könnten noch welche sein. Könnten? Der Aufzug ist wie neber. Und von da unten kamen so Kratzgeräusche also. Haben wir... Haben wir... Nicht nachts. Marco. Bist du aufs reingekommen? Ja, außen rum. Achso. Oh. Cool. Hat der... Ah, Tür. Okay. Ich hab hier irgendwie Zahnräder. Die müssen wahrscheinlich hier in den Aufzugmechanismus einbauen. Moment erstmal. Ich feuer die mal hier rüber. Na, eh. Brav. Tatsächlich. Ne, eins hat gereicht. Eins hat gereicht. Okay. So, das war jetzt so schwer, dass der Kerl sich da jetzt dafür nöde ist nur. Tiefgekühlt. Aber dem geht's gut. Glauben Sie, Norden hat der Recht, dass wir nicht hätten herkommen sollen? Backel kannte das Risiko erst für die Mission gestorben. Er wird nicht der Letzte sein. Ja, werden Sie bloß nicht allzu rührselig. Keine Angst. Und Sie sollten sich nicht von einer Frau ablenken lassen. Jeder ist entbehrlich. Nein, so kaputt bin ich nicht. Ellie bedeutet mir mehr als diese Mission. Und was ist, wenn es Sie erwischt? Hey, Isaac! Was machen Sie, wenn Sie alles verlieren, was Ihnen wichtig ist? Sagen Sie's mir. Dann sind Sie gearscht, Clark. Ja. Dann bin ich der Gearschte. Dann bin ich der Gearschte. Wie soll ich so eine komische Stimme? Wollen wir vielleicht den Helm noch an? Keine Ahnung. So, jetzt ist aber ein schöner Punkt zum Aufhören. Ähm, Moment, was ist denn da vorne noch? Nur Munition. Munition. Oh, Küche! Wo ist es hin? Klappe zu. Und Augen auf. Dann sag wenigstens, wie lange noch. Fünf Minuten. Sechs. Okay, sechs. Oh, hi. Da, unser Fortschritt wurde gerade gespeichert. Was, wie, was, wie, wo? Fortschritt wurde gespeichert. Achso. Was ja anscheinend so selten passiert in Dead Space. Ich hab gar nicht gesehen, dass du schon weiter bist. Ist noch gar nicht. Hä? Ne. Oh, was soll's. Oh, hallo. Selbstöffner Kühlschrank. Lecker. Was hier? Oh, nein. Was hier? Oh, nein. Ich bin hier. Ja, ja. Ja. Was haben wir denn hier? Oh, da sind noch mehr Melepacks gewesen. Schön. Gut, jetzt haben wir auch wieder genug davon. Na, bleibst du gut aus. Hallo? Audionachricht. Persönliches Log, Sir Meckermann. Seit drei Tagen verstecke ich mich mucksmäuschenstill im Dunkeln. Ich muss zum Funkgerät und Hilfe rufen. Ich glaube, ich kann sie austrickchen. Wenn ich kleine Sachen werfe, gehen sie den Geräuschen weg. Meckermann! Bist du da? Oh Gott. Ich rieche dich. Ich rieche... Tritt als Fleisch! Okay... Ich rieche dich. Ich hab auch aufstehen. Gut war's. Oh... Gehen schön fliegen, die Kiecher Nein, setzt wohl nach Was ist denn mit dem Inventar voll? Tatsächlich Was ist? Mein Inventar ist voll Was schleppst du denn mit hier rum? Das Inventar ist doch nicht volles Kriegst du ein paar Ah ja, danke So, zwei Türen haben wir Oder kamen wir da raus? Ich glaube wir kamen da raus Okay, haben wir doch nur einen Schlauch Oh Okay Das wirkt ungesund da dran Wtf? Hab ich auch grad gefragt Wtf? Wo? Wie? Wtf? Wtf? Was ist denn da? Da haben wir Ganaten reingelassen Achso, hier ist übrigens ein Ressourcenpunkt Ich hab keine Bots mehr Achso Wtf? 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 Hallo Das sieht wie ne Arena aus Fünf Minuten, oder? Wo? Gibt's hier irgendwas? Nein dann schau mal was passiert hier, warum sind da Stacheln drauf? muss ich mal ausprobieren die tun nichts NICHTS oh, okay oh, langweiler ja, so funktioniert langweiler hm, was heißt langweilig? Ich nutze die von spielgebenden Sachen aus und so weiter Stacheln Pack ist easy Mode ja, das ist es wohl ja, Vorsicht naja, ich kann das schon auch ohne Stachel war aber anscheinend nichts wirklich von Wert hier oder ach, auf der anderen Seite geht es noch weiter, wie kommen wir da hin? ja, so wieder zurück so aussieht ist ja gut ist ja gut hier war doch irgendwo ein, äh macht doch weh stimmt, die können wir ja auch da anzeigen lassen, hast recht krank ich weiß es nicht, geil ich weiß es nicht, geil ich kann es nicht erkennen, bei mir kommt irgendwie ein 3D Grid ja, ebenso ach komm, scheiß Bugs hm naja, so oben war auf jeden Fall einer oder es muss halt bis dann zurücklaufen was kein Problem ist, weil wir schon rum sind praktisch was wäre was wäre was wäre aber ich war eigentlich fast sicher dass ich nur noch woher jetzt bitte so Genau, genau. Gut, dann hätten wir das. Also bis nächstes Mal. Servus.